Hallo meine geschätzten Damen und Herren, jetzt kommen wir mal heute zum zweiten Teil und das Stück, das wir jetzt hören, heisst Le Lactecom, vom Herrn Nocturne, sie, äh, Kalos, Künstlerorchester. So, jetzt hören wir mal ihnen, wie sie spielen. So, jetzt hören wir mal und wir sch игры. So, jetzt hören wir mal. Amen. 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 So, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein nächstes Stück. Und er heisst Amedia Lutz im Tango. Vermutlich Argentinisch oder Mexiko. Vom Herr Alfred Haus mit seiner Red Chor Tango Orchester aus Hamburg. Eins, zwei, drei. Musik wird gemacht sein. Musik wird mit seiner Red Chor Tango. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.